Hallo und herzlich willkommen hier zu einem Spezialvideo. Norman Pohl hat uns darauf hingewiesen, dass wir nominiert sind für, ja, ihr hattet schon, die Ice Bucket Challenge. Ich hab's schon befürchtet. Es kommt keiner drumherum und der Lukas und der Garderole wurden beide nominiert. Und da haben wir uns gedacht, wir machen euch ein schönes Video zum Schmunzeln. Ja, ich möchte dazu natürlich auch noch eine Anmerkung loslassen. Und zwar, ich finde, dass diese ganze Aktion natürlich sehr schön ist, eine coole Idee. Sogar Bill Gates macht mit und die Krankheit, um die es geht, bekommt sehr viel Aufmerksamkeit. Aber ich finde, es gibt auch ganz, ganz viele andere Dinge, die unterstützenswert sind und die vielleicht durch so eine Aktion dann übersehen und übertönt werden. Und ich bin seit Jahren eigentlich Unterstützer der SOS-Kinderdörfer. Und da ihr schon seht, dass dieses Video vielleicht nicht ganz das ist, was ihr als Zuschauer jetzt von mir erwartet habt, weil ich bin halt ein Warmduscher, habe ich mir überlegt, ich werde die gesamten Einnahmen, die wir über Amazon erzielen werden in diesem Monat, die werde ich spenden. Das heißt, ihr könnt jetzt heute und morgen noch bestellen, wenn ihr noch irgendwas mal schnell braucht. Und alle Einnahmen, die wir daraus bekommen, werde ich an die SOS-Kinderdörfer spenden. Und ich kann euch sagen, das ist durch die ganzen Release und Vorbestellungen von Spielen, ist das eine schöne Summe. Und ich werde die aufrunden auf den nächsten, aus meinem privaten Fundus, auf die nächsten 50 Euro. Ja, also, das ist mein Angebot. Das ist die Challenge. Ich werde euch natürlich dann in einem der nächsten Videos noch verraten, wie viel wir alle zusammen gemeinsam für die SOS-Kinderdörfer gespendet haben. Ja, müssen wir nur noch wen nominieren. Und da nominieren wir eigentlich mal einfach das gesamte Team von Garderole.de. Alle, die da irgendwie dazugehören. Mal schauen, wer die Challenge annimmt. Also Six ist dabei, dann der Tobi ist dabei, der Jan ist dabei, der Cedric ist dabei. Und ja, wenn ich jetzt alles noch vergessen habe, fühlt euch animiert mitzumachen. Und ich sage jetzt schon mal danke und viel Spaß.